Ein Lead Generator konzentriert sich darauf, Lease zu akquirieren oder potenzielle Kunden zu gewinnen. Im Beruf des Lead Generators sind sie damit beschäftigt, neue Kunden zu finden. Dies kann für das eigene Unternehmen sein, aber auch, um andere Unternehmen mit Leads zu versorgen. So gibt es Unternehmen, die sich gezielt auf Business Leads fokussieren und als Vermittler fungieren. Ein Business Lead bezieht sich nicht nur auf Unternehmen, sondern kann auch auf Verbraucher angewendet werden. Ein Beispiel für einen Lead Generator mit einer Zwischenrolle ist eine Website für Maler. Kunden fragen auf der Website nach einem Angebot und die Kontaktdaten landen dann bei Malerfirmen in der Region. Die Website selbst dient dann als Lead Generator, aber natürlich steckt eine Person dahinter. Die Generierung von Sales Leads gab es bereits, bevor es das Internet gab. Zum Beispiel sind Vertreter immer noch als Lead Generatoren unterwegs. Zum Beispiel, um eine Kaffeemaschine in Gastronomiebetrieben zu bewerben. Ein ganz anderes Beispiel ist eine Arbeitsagentur, die einen Bewerber für ein Unternehmen nominiert. Das ist auch ein Lead, bei dem die Arbeitsagentur der Lead Generator ist. Ein Lead Generator hat eine wichtige Funktion, denn ohne Leads gibt es keinen Verkauf eines Produkts oder keine Vereinbarung einer Dienstleistung. Ein Lead Generator ist ein bestimmter Beruf, der beispielsweise dem Beruf eines Vertriebsmitarbeiters vorausgeht. Ein Lead ist nur ein potenzieller Kunde und es liegt an der Vertriebsabteilung, den Lead in eine konkrete Aktion umzuwandeln. Nach der Lead Generierung gibt es auch ein Lead Follow-up mit Sales als Abschluss eines erfolgreichen Leads. Einem Lead Generator stehen mehrere Ressourcen zur Verfügung, um erfolgreich zu sein.